Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Minecraft Ich hab mich verrechnen Leute Wir haben doch noch eine Folge Zeit Wir haben gar kein Holz Um den ganzen Wegstüssel hier irgendwie zu bauen da vorne Aber ist ja nicht schlimm, ist ja kein Problem, dann machen wir das einfach schnell Am besten machen wir uns Auch ne Schaufel Ich glaube auch die wird wieder gebucht gehen Danach gucken wir mal, was wir noch so machen können Bevor Wir hier ins neue Jahr gehen Ich weiß auch nicht, ob ich das Winter Tech-Jow-Pack dann wegnehme Oder ob ich das einfach immer Dezember und Januar nehme Wird eigentlich noch Sinn machen, aber irgendwie halt auch nicht Weil Weihnachten ist ja dann vorbei Ja, ich glaube ich lasse es noch so im Januar So ich hier Ja toll Glück hab ich eine neue gemacht Ähm Ich hab die überlange gerade ignoriert Naja Das einzige Problem, was ich hier habe Ich bin ja immer noch am Vorproduzieren Hab ich dann praktisch alles aufgenommen von meiner Seite Allerdings bringe ich ja auch immer noch Videos mit Tim und Levin Und dann halt jetzt auch noch so ein bisschen das Problem Als ihr das seht Ich würde halt wirklich gerne jetzt dann wieder irgendwas aufnehmen Weil sonst Haben wir bald keine Vorräte mehr Das Ding ist, wenn wir zusammen aufnehmen, dann nehmen wir immer So Also immer nicht Letztes Mal haben wir leider nur so eine, zwei Folge aufgenommen Aber meistens Wenn wir so zusammen aufnehmen Dann investieren wir ziemlich viel Zeit Und auch irgendwie so fünf, sechs Folgen oder so Aber in letzter Zeit Gerade Phasmophobia War irgendwie die Stimmung nicht mehr so da Zumindest bei Levin Also nicht mehr so Bock Ich nehme eigentlich schon Aber halt nicht zu zweit Weil der fand es halt auch scheiße Und da kann ich ihn auch voll verstehen Also wenn einer weg stirbt Dass man dann einfach alleine ist Und deswegen hat er nicht so Bock auf das Aber in der Widget Hat er eigentlich los Das können wir eigentlich auch immer noch machen Und Boris hat Levin sowieso Bock Von daher habe ich jetzt nicht groß Angst Aber Phasmophobia ist halt Es macht Spaß zu cutten Es macht Spaß zu spielen Und ich finde es macht auch Spaß Das anzugucken Und ja So Okay Wir haben jetzt mal Die zwei Bäume gefällt Wir mal Sapling Reicht das vielleicht sogar Na egal Das machen wir später Können wir das reichen Ja ne Okay Machen wir doch mal so ein bisschen mehr Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen zu viel gemacht Aber ist egal Ab mir Ah jetzt haben wir keinen Cobblestone mehr dabei Geil wir machen jetzt einfach hier Holz hin Wo Wieso Hä Wieso greift die mich an Das ist Eller Tag Ganz normal Hä Das macht gar keinen Sinn Wieso hat die mich jetzt angegriffen Naja Ist ja auch egal Eigentlich Eigentlich So Dann holen wir uns gleich noch ein bisschen Cobblestone Hier aufzuräumen Dann werden wir auch noch so ein bisschen Clayfarmen gehen Also Wohnzeugs halt Haben wir Treppen dabei Ne okay Dann holen wir uns noch kurz Treppen Haben wir eigentlich hier noch was drin Ne Dann holen wir uns noch Treppen und Ähm Stein Genau So Wir haben jetzt schon wieder sechs Saplings Reicht schon fast wieder für ein Äh Für zwei Bäume Ja das reicht Hier ist nämlich noch einer So Ui Okay Perfekt Okidoki Dann Können wir das eigentlich alles rein machen Ein bisschen Stein brauchen wir noch Ich glaube wir brauchen noch Ein bisschen mehr so Das kommt alles hier rein Erde kommt hier rein Ähm Brauchen wir noch weiter Treppen Werden es Wie war das sechs So Ja ich glaube es waren sechs Sechs oder vier Eins von beiden Naja Die Faust ist 50-50 So Den Apfel Dann gehen wir noch so ein bisschen Auf Clay Suche Können wir ja gleich anschließend machen Wobei Ne Jetzt ist Nacht Egal Dann klatschen wir noch kurz den Stein hin Und schlafen Dann machen wir das halt am nächsten Tag Ist ja auch kein Problem Zuck 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 Ups Keine Ahnung was wir hinten denn bauen Aber das sehen wir ja noch War halt wirklich sechs Ich bin aber Gut in diesem Spiel Zu gut Nein Spaß Okay Mir liegen hier noch mehr Sablings Sogar ziemlich viel Okay Gut dann gehen wir kurz schlafen Weil dann machen wir noch so ein bisschen Licht Alles reicht Alles reicht Ähm Können wir auch gleich hier noch den Stein Einpacken Hier auch So Hier Geh doch rein So Geh wir schlafen kurz Aber zuerst essen wir noch kurz was Wir essen uns voll So Ja und dann gehen wir einfach wieder zu diesem Fluss Das wird jetzt hier scheinbar Es ist immer viel überall Gehen wir direkt hier hoch Eigentlich wollten wir ja noch zum Fichten Weil Das haben wir jetzt ein bisschen verpennt In diesem Jahr Oh egal Hier hinten ist Clay oder So Genau Ich sink hier mal schon Einmal runter Ja Geht so lange So Prüf doch Oh Nur zwei Herzen So Ich glaube das reicht danach aber für Der Rest Vom Haus Also von diesem Robit Haus Und der geht noch Kein Schaden Oh doch Ein Hit Aber egal Auch das werden wir verkraften Hab doch Och Mensch Das wäre ein kompletter Reinfall Okay Let's go Er wollte mich verarschen Wir haben jetzt schon zweimal zu schnell Hab zu schnell aufgehört Weil ich dachte Es ist schon fertig Hier hinten hat es noch zwei Und ich glaube Wir haben doch noch Genau Hier schwimmt einfach noch Links Ja was macht er denn So Dann haben wir auch fast wieder zwei Stacks Das reicht Okay dann gehen wir zurück Da schwebt es Ne da schwebt doch nicht Der schaut komisch aus Genau Oh Perfekt 31 So dann können wir uns noch mal so ein bisschen Was sind ja immer 88 16 24 30 Äh Warte Hä Spät wo ich das auch Nämlich An dem wir so gut denken So Ibiza Immerhin Lust gemacht Da können wir noch ein bisschen Holz holen Weil dann können wir nämlich auch schon Nehmen wir noch so ein bisschen mehr Holz Und lassen das drin So Ähm Denn jetzt können wir Noch mal kurz Währenddessen das ganze Ton da hinten Zeugs Rät können wir Oder Milz oder so Wir brauchen mehr Zuckerrohr Nein Oh Scheiße Toll Könnten Hinten kurz So auf spontan mäßig Ein kleines Feld anlegen Zuckerrohr Und hier kommt ein Stein durch Und hier kommt ein Stein durch Hier gibt es dann einen Zaun Hier warte mal jetzt brauchen wir Wasser Eine gute Idee Haben wir nämlich auch immer Zuckerrohr Ist das was wir jetzt still ich glaube schon Ja jetzt brauchen wir wieder Koppelstone Aber zuerst Aber zuerst Dann müssen wir noch kurz Zuckerrohr an Da brauchen wir noch Koppelstone und ein paar Zäune Ja Holen wir das kurz Wir haben jetzt Zeit Ein bisschen Koppelstone und dann noch kurz alles Müsst aber eigentlich nach hier hinten auch noch so einen Weg gehen Hier sollt ihr auch nur irgendwas hinkommen Aber ich wusste nicht mehr was Oder ich weiß immer noch nicht mehr was Hier könnt ihr auch mal ersetzen Hier Hört mir gerade so auf Und hier finden sich jetzt die drei Zäune Oh wow jetzt kommt man hier nicht mehr rein Toll Machen wir hier einen wieder auf Die zwei Und in die Mitte Die ganz meint haben wir doch Okay nee Schade Sonst hätten wir jetzt hier Direkt die Treppen hinzufügen können Von dem Holz hier Ja dann machen wir hier so einen kleinen Knick halt Hier kommt Ein Weg Was Ich bin dann holen wir gleich noch ein bisschen Holz Und Gut Und Treppen halt Ja Ah ich bin einfach zu müde Naja Es ist gut dass diese Folge gleich vorbei ist Ich glaube wir machen hier noch kurz ein bisschen weiter So Ja das ist auf jeden Fall genug bereit Oh Ach Mensch Machen wir noch kurz die Reihe bis nach vorne Machen wir noch kurz die Reihe bis nach vorne Und dann sehen wir beim nächsten Mal weiter Wenn der Kopf ist drunter hoch dreist Und Hier einfach komm ich hier wieder raus Hallo Toll Jetzt bin ich hier unten gefangen Aber ich hab's geschafft Dort hab ich am Block vergessen 3 4 5 6 7 8 5 5 8 4 11 Was soll ich So Wir machen kurz unser Inventar Leer Oh Ja das ganze Cobblestone und so können wir Daher machen Also beim nächsten Mal So unser Inventar slappen Ja Das war's mit dieser Folge Minecraft Ja ich wünsche euch Einen guten Rutsch Von Minecraft Seite aus Was du Alter Okay das war's mit dieser Folge Minecraft Bis zum nächsten Mal Leute Ciao Also So G Das war's mit dem ög Schlall Sie Ich Schule Hast du So welche Sie gewe집 Ich All Ich Ich dł gros Bis zum nächsten Mal.